ja guten morgen meine lieben freunde haben wir heute nacht hier auf dem auto auf tiersheim gestanden zehn euro fünf euro kann man uns was zu essen holen und was soll ich euch sagen brötchen ohne tomate extra für mich gemacht haben sie letzte woche schon extra für mich gemacht und die hat mich sogar wieder erkannt ach sie sind doch der mann ohne tomate hat sie gesagt und hat gelacht und habe gesagt ja ich bin der mann ohne tomate hat sie mir wieder zwei schöne brötchen machen lassen in der küche und das fand ich ja richtig nett also die sind auch wirklich richtig nett hier guckt mal hier hat schneit heute nacht und hier war ja wirklich ganz schön voll also viel platz war nicht mehr und ich musste mich ja hier so ein bisschen in der eck ist so über das eck stellen wartet mal ich zeige euch das mal hier hinten hier ich muss mich ja hier so ein bisschen über das eck stellen sonst hätte ich ja gar nicht hier reingepasst ihr seht ja der hier steht ja auch hinten raus und naja ist schon alles ein bisschen knapp bemessen hier aber was soll's windig und jetzt rückt gefrühstückt und dann geht es los meine freunde dann zwick mal auf die abfahrtskontrolle muss ich noch mal hinein mit dir kalt ist es geworden kaffee habe ich auch schon gekocht also bis nachher ab geht die luci und hier ist das karussell es ist noch frei es dreht sich noch und ab geht die luci ja ach leide man muss er mal ein bisschen rumspinnen sonst macht das leben ja so jetzt ist das kalt 1 Grad! Wir sind verwöhnt! Mäusel, was hast du denn hier wieder gemacht? So, Fenster zu! Raus, bevor die Schranke weg ist, äh zu ist wieder! So, hier muss man einen schönen großen Punkt fahren! Ab geht die Luzi! Ja, also ich muss hier nochmal den Autohof loben! Hier sind sie alle freundlich und nett! Und machen dir Brötchen nach Wunsch, was ich drauf haben will! Ei, Tomate! Tomate! Ei ohne Tomate! Und Käse und Schinken und was mein Herz begehrt! Gurke! Hat sie direkt gefragt, was wollen sie denn drauf haben? Und da habe ich ihr das alles aufgezählt und da hat sie mir schön zurecht machen lassen in der Küche! Ja, es gibt eben auch noch freundliche Autohöfe! Ich kann den Autohof in Tiersheim nur empfehlen! Also ich muss euch mal sagen, ich esse ja jetzt hier nebenbei das Brötchen, ne? Eins von den zwei Brötchen, die ich mal machen lassen habe! Ich denke, mit Sonderanfertigungen ist man hier sehr gut braten! Guckt euch mal an, wie dick das belegt ist hier! Alter! Schinken, Käse, Gurke! Die Gurke ist sogar geschält! Ein bisschen Eis drauf! Also, ja! Bombastisch, ne? Muss ich schon sagen! Alter Franz! Und dick Butter drauf! Also, ich muss schon, also großes Lob an den Autohof! Super! Kann man nicht anders von sich geben! Ich bin sowas von zufrieden! Mit den Brötchen! So, dann lasst uns mal unser Glück versuchen! Ach, kurz verklemmt, kurz verdreht! Jawoll, ja! Technik, die begeistert! So, ne? Dann lasst uns mal Richtung Regensburg düsen! Da bin ich um 8 Uhr um unten! Das Zeitfenster haben sie ja geändert von 19.30 Uhr auf 20 Uhr! Naja, es ist nicht gerade berückend und berauschend, aber besser als gar nichts! Der Mensch freut sich über jede halbe Stunde, die man mehr Luft hat! Weil mit 19.30 Uhr, das war wirklich arschknapp! 20 Uhr ist machbar, wenn hier oben alles klappt! Ach, und so wie es heute geklappt hat, ist das alles drinne! Dann bin ich kurz vor 20 Uhr 1945 sowas in der Dreherum unten! Na, Elfenbein! Kristen nicht rum! So, ab auf die Autobahn! Ui, da vorne links, rechts, links, rechts, rechts, da drüben rechts ist eine schwarze Wolke! Die erwartet mich, befürchte ich! Ich weiß gar nicht, ob das rechtens ist, dass der da einfach so steht und blitzt! Also rechtens schon, aber wenn man da Anspruch erhebt, ob das dann nicht eventuell... Da sind doch Messfehler vorprogrammiert, wenn der einfach so da steht, die müssen doch, die Blitzer müssen doch eigentlich ordentlich eingerichtet werden! Die Messeinrichtung! Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der mobilen ist, die in dem Auto steht! Selbst den Anhänger müssen die ordnungsgemäß einrichten! Das weiß ich, das habe ich gelesen! Da könnte es natürlich sein, wenn sie einen hier mit dem Auto blitzen, und man hebt Anspruch, dass die dann hinten runterfallen! Dass man dann sagt, hier, das war gar nicht, das kann gar nicht hundertprozentig richtig gemessen haben, weil der ja gar nicht hundertprozentig weiß, wie das Auto stehen muss, wo das Ding drin ist! Das ist ja so eine Sache, ne? Mit den Messwerten! Ich denke, da würde man vielleicht sogar recht kriegen! Wenn man da dagegen vorgeht, wenn der da einfach so da steht und... Keine richtige... Ich meine, überall haben die ihre weißen Striche, wo sie das drauf ausrichten müssen, das Ding, ne? Naja... Gut, mich blitzen sie ja dort nicht! Zumindest nicht mit dem LKW, also kann es mir egal sein! So, meine Lieben, jetzt geht's ab ins Werk! So, meine Lieben, jetzt geht's ab ins Werk! Bis denner! Ah, hier kommen jetzt der Autotransporter eingeflogen! Um BMWs abzuholen! So, jetzt haben wir noch... 1 Stunde 39 Längzeit auf 9 Stunden! Also, was sagt uns das? Genau! Windisch-Echenbach, die Landfleischerei! Dort ist Feierabend! So, haben wir es doch gleich geschafft! Gleich ist Feierabend! Bitte, Kollege, gerne! Habe ich gerne gemacht! Kannst dich auch ruhig nicht bedanken! Nächstes Mal gleich wieder, du Blödmann! Ach ja! Manche können es, manche können es eben nicht! Was soll's! Noch 3 Kilometer, dann sind wir da! So, mal schauen, ob wir ein Plätzchen finden, denn... Ein Plätzchen finden, denn... Wenn nicht, fahren wir runter ins Gewerbegebiet! Und stellen uns dort irgendwo hin! Da ist der Ritterturm! Da ist der Ritterturm! Hat sich jetzt irgendwie so eingeschliffen, ne? Montags-Windig-Echenbach, Dienstags-Tiersheim, Mittwochs-Windig-Echenbach, Donnerstag-Windig-Echenbach, Freitag-Heim! Beziehungsweise in Regensburg stehen bleiben, wenn wir es nicht mehr heim schaffen! Mal gucken, ob ich hinkomme, wenn ich vier Tage nur neun Stunden Lenkzeit mache und Freitag 10! Wie ich da rumkomme! Oh, die Sau, der blendet hier mit seinen scheinen Werfern! So, meine Lieben, jetzt stehen wir doch wieder hier in Windig-Echenbach. Haben wir es doch wieder mal hingekriegt. Morgen früh um 10 ist Aufbruch. Jetzt hupft mal ins Bettchen! Also dann! Ich wünsche euch eine staunenknitterfreie Fahrt! Haltet schön eure Stoßstangen selber! Gutes Nächte! Und schlaft gut! Bis morgen! Bis morgen! Bis morgen!